Herzlich Willkommen wieder auf der gleichen Map wie letztens bei der Mutti-Bär-Bande mit den Rob und den Mutti-Bären. Gleich auf Flieger gehen, Terranor und Zufall, da wisst ihr was kommt. Ja, da spielen wir Nidus. Ja, Nidus ist echt top, also das wird die Map auch ganz gut. Oder Mask Queens mit Rob-Lords. Mann, da brauchst du den Formel gar nicht vor, da komm ich eh nicht hier rein. Ich weiß, wir werden einfach mal gucken, was der Zufall ist, ne. Also jetzt pushen oder nicht pushen? Das ist ja die Frage. Ich pushe, dann geh dann gleich auf Flieger. Komm, wenn die pushen. Was spiel ich denn dann, was spiel ich denn dann? Legen wir into, was spiel ich denn? So, ich geh mal schnell gucken, was es ist. Ich weiß immer noch nicht, was ich danach spielen soll. Legen wir into, was denn? Was willst du denn? Was, was braucht man denn? Na, Mutas ist meistens Follow-Up, oder? Oder Mutas? Mutas ist eigentlich richtig, der Router ist eigentlich richtig gut für das. Ja, aber es ist halt auch schwierig, Mutas. Der andere sind mir, glaube ich, zerr. Ach, ich wollte schon, Gold-Axen geht gar nicht. Ne, äh, Protoss. Jetzt kommt die Axe zu spät. Der baut jetzt erst, äh, ge-axt. Axe first, oder was? Mhm. Weil der jetzt erst ein Warp-Gate baut. Ich kann ja mal gucken, ob er, ob er, ge-axt hat. Ja, der hat jetzt ge-axt, jetzt ge-axt, ne? Dann haben wir das Spiel fast schon gewonnen. Naja. Außer der Terran macht, äh, ein Proxy. Ich bin da immer skeptisch. Der Terran hat noch keinen, ne, der Terran macht ein Proxy. Der Ex nicht, der hat irgendwo Proxy, ja, Proxy Gates aufgebaut. Äh, Proxy Gates, weiß schon. Proxy Barracks, ja. Proxy Barracks. Ne, von ist in der Barrack. Na ja, ganz vorne noch nie dicht. Ja, sag ich ja. Ne, und so ist schon ein bisschen zu stressig. Da kommen wir hinten, da kommen wir hinten noch rein. Hinten ist doch offen. Ja, stimmt. Da haben wir zwei Rams, die Map. Nein, 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 ich bin drüben. Ach, ich muss echt mal wieder üben, ey. Jetzt ist auf jeden Fall der Arbeiter drin. Die Captain rennen schon vor. Okay. Da kommt ein Reaper. Hier vor. Kriegst du den... Ne, den Reaper krieg ich nicht so einfach. Ach, die Tür ist noch offen, im Übrigen, ey. Okay. Schick Klingel hinterher. Mach die Arbeit, um Brot, genau. Der Reaper kommt jetzt hinterher. Oh, das muss ich mir nur... Ah, ich hab... Das Wort... Ich krieg's noch nicht durch. Ich mach vorne mal den Eingang weg. Ja. Kommt jetzt der Mato-Ship-Core. Muss dann mal ein Post-Dorker umworfen, oder so. Locker-Morphen. Äh, nein. Reinwurfen. Ne, morphen. Du musst ihm morphen. Das will ich jetzt sehen. Ah, Widow-Mains, im Übrigen. Okay. Der erste ist raus. Ja, das ist aber ein zu schnelles Spiel. Nein, der Taranus noch nicht. Doch, ist jetzt auch raus. Ja, da können wir doch schnell eins dranhängen, weil... Ja, da müssen wir noch eins. Da müssen wir noch eins dranhängen. Die waren nicht gut. Oh, Platin 1 aber eigentlich. Ja. Tja. Okay, dann haben sie damit nicht gerechnet anscheinend. Na gut. Weiter geht's. Go, 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 go. Geht's weiter. Zack, tack, tack, tack. Jetzt müssen wir nur ein bisschen warten. Ja, schnell dich raus. Rett, hau. Das müsst ihr nicht sehen. Außer ihr wollt sehen. Aber ihr könnt nicht abstimmen, weil ihr werdet es nie erfahren. Hehehe. Das musst du drin lassen. Ja. Ja, das lasse ich drin. Hehehe. So. Das wäre echt witzig. So, das darf ich mal echt machen. Geht mal. Ja, aber nicht schnell, ich hab hier raus. Okay. Oder auch nicht, ihr werdet es nie erfahren. Hehehe. So, was haben wir jetzt? Verschneide-Hoch-Ebene gegen... Das ist die Map, das ist die Map, die wir am meisten gespielt haben, glaube ich. In der letzten Season, ja. Hehehe. Ich kriege mal drauf. So ist das ein Mess und Gurky, ja. Na, mal gucken. Geht's uns... Groß, schnell, mach nass. Geht nicht. Geht nicht, geht nicht irgendwie. Ich wissen nicht warum. Liegt nicht an uns, oder? Naja, und so an mir liegt es, glaube ich nicht. Na doch, ich würde auch nichts kontrollieren. Hehehe. Okay, dann ist es zu. Ich lade nebenbei noch hoch. Echt jetzt? Ja, naja klar. Läuft immer noch? Okay. Hast du aber keine Probleme mit der Festplatte mit aufnehmen? Nee, ist okay. Wenn ich meine USB-Festplatte aufnehme und nebenbei hochlade, dann gehts hochlau während des Videos. Nee, ich lade ja auf meine Dings hoch, die normale. Auf die SSD läuft ja das Spiel. Ja, und in die Videoaufnahme. Und auf die normale. Ja, dann hast du ja trotzdem Kreuzverkehr. Naja, das schafft der High-End-Rechner. Es geht ja nicht um die High-End-Rechner, es geht ja um... Was hast du eigentlich da dran? USB? Wo dran? Nein, der normale Festplatte ist integriert in der HDD. Achso, normal. Dann gehts so. Ja, dann ist es okay, weil ich habe ja die USB draußen und meine Matera weiter. Ja. Da habe ich letztens die ganzen Videos hochgeladen auf meine externe. Die ist fast voll. Ja. Da sind jetzt 120 Videos drauf. Ich würde da mal gucken, wo wir das archivieren wollen. Na, Server. Ja, Server. Da müssen wir mehr Leute hier, ne? Los, abonniert uns ein. Doch, machts. Genau, schaut uns und abonniert uns. Da kommt uns auch mal vielleicht mal ein Server leisten. Spiele ich jetzt. Echse first. Ich spiele zu spät. Ich hätte schnell lange nach unten sein müssen. Eine Echse? Was sind die Gegner eigentlich? Ich weiß es nicht. Warte, ich gucke schnell. Totes Zerg. Da muss eine Echse sein. Da ist eine Echse. Ja, Zerg-Echse. Was ist denn? Ja, spiele ich Roaches, oder? Ich mache jetzt einen Adapter für Spiele, die den letzten Spielen. Okay, ja, dann spiele ich Länge. Ich sehe schon, jetzt wird es ein ganz langes Spiel, dann haben wir so eine riesengroße Folge. Ja. Yay. So, der Toss hat nur einen. Hat zwei Gas. Das deutet auf jeden Fall vielleicht auch ein Flieger hin oder sowas. Okay. Was ist denn? Ich brauche Gas, verdammt. Dann nimm's doch. Dann nimm's doch. Hab ich doch. Hab ich doch. So, Main ist saturiert. Adepten kommen. Linge kommen. Erstmal Queens, dann Linge. Krono Boost auf die Linge. Der baut jetzt nur einen zweiten Upgrade oder so. Entweder ein Ge-Ex oder was. Keine Ahnung, was er macht. Also, ich laufe gleich vor, gell? Ja. Ja, ich auch. Ja, ja. Was wird denn eigentlich mit dem neuen Patch? Was kommt denn da bei Toss raus? Der Mutti-Chip oder was? Nein, der war doch schon vorverschwindet. Okay, warum? Ist das so hart oder wie? Weiß ich auch nicht. Also, anscheinend. Also, die wollen auf jeden Fall das Gameplay ändern. Allgemein halt. Okay. Ich sag mal ein bisschen. Also, die ändern auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall kriegen wir dann diese Schild-Batterien wieder. Schild-Batterien? Sag mir grad nicht. Ich sag mir grad eins. Okay. Hm? Wie sagt's? Sag mir grad nicht. Na ja, das ist ein Teil, was halt deine Schild-Batterien auflädt. Von allem. Obens was heißt. Okay. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Hm. Ich hab's schon mal ausprobiert. So, wir müssen hier die RT-Servern. Quatschen, zu viel. Wir müssen angreifen. Ja, voll voll. Hat er da zornen. Viele Linge. Ja, diese viele Linge. Ja. Tja, mach mal da. Hm. Mehr Deppen bauen. Deppen-Upgrade. Hm. Stalker. Brauchen die Stalker. Und dahinter ist ein Meinkel-Spank-Waller. Ja, ich switche eh gleich in die Basen rein, also. Viele, viele, viel zu viele Linge, Alter. Ja, der hat echt viele Linge. Da müssen wir zurück. Wir hatten erst so viele Linge. Eine One-Base. Hat noch keine Ecke bei der zweiten. Da kann ich ja gleich auf... Hm. Templer? Nee. Mein Overlord ist tot. Jetzt bin ich Supply-Blocked. Da hab ich jetzt meine ganzen... Da kommen die Linge. Das sind so viele Linge. Ich... Nicht meine Adepten rein. Ich... Nicht... Die müssen... Deine müssen schon Michel spielen. Ja, du musstest mal zwei opfern. Sonst hätte man verloren. Ja, ich hab... Zwei oder vier verloren. Nein, die vorne hast du zwei verloren. Die da... Ganz vorne an der Base... Das... Das ist dein Problem. Du bist reingeschaltet. Ja. Du bist reingeschaltet. Ich hätte das nicht gemacht. Da bin ich reingeschaltet. Ich bin eigentlich weggegangen. Quatsch nicht. Komm, du bist reingeschaltet. Nee, überhaupt nicht. Lüge nicht. Ich hab's genau gesehen. Ja, Batsch. Den Shade. Machen wir nicht. Vielleicht mit... Upgradenst du dich durch? Meins auch. Wissen wir auch nicht, wie es noch nicht weg ist. So, jetzt kommen wir. Ja. Ja. Wollen wir's mal die Exe frei. Wollen wir's gleich ein paar Adapten. Eigentlich kann ich... Komm. Komm, eh gleich ein Muten. Jetzt ja. Ja, da hat noch Nüge gespielt. Ja, aber so viel Mineral... Äh, so viel Gas hat der gar nicht. Weiß ich nicht. Jetzt hab ich zu viele, äh... Rob Gates. Kann ich nicht ausproduzieren. Hast du Mineralien übrig Nüge? Nee. Gas, ja. So, wir müssen gleich nochmal pushen, sonst wird es nichts mehr mit dem Spiel. Da kommt was. So, obi. Töte ihn. Mach ich. Stalker. Frei. Wo ist er denn? Ich hole ihn. Ich hole ihn. Er ist runter, ich komm auch. Runter. So. 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 Du hast auch meine Templer noch. So. Wir können auf jeden Fall nochmal bohren. Ach. Ich wollte Adepten bauen. Egal. Dann los. Dann los. Dann iso. Das war schon komplett. Weiss alles noch kommen, na? Ne! Ich weiß nicht das. Siehst du was, ich sehe nur... Keine Ecke. Echt? Viele Bailinge. Viele Bailinge. Nein! Und Roaches. Bailing und Roaches. Und Kolosse. Weil wir kämpfen uns grad nicht. Und Bailing. Bailing ist ein heftig. Das ist nicht zu stark. Batsch, geht. Muss nur nachbauen. Habe ich vergessen. Kann doch schon kommen. Wo ist der erste? Ich wollte hier nicht mit drüber ziehen. Da kommt noch ein Roaches. Hey. Es kommen Hydras. Was? Ja und? Hä? Ich habe einen Deppen. Die Gold hat er hochgenommen. Wir müssen die Gold rausnehmen. Ja ja. Ich nehme jetzt meinen Schabenbau raus. Der nächste Koloss kommt. Dann zurück. Weg vom Koloss. So drauf. Fokuse Koloss. Koloss ist raus. Dann drauf. Die Gold. Hat er nicht. Hat er nicht. Hat er abgebrochen. Dann drauf. Den. Dann drauf. Dann drauf. Oh Scheiße. Ich nehme die Gold. Ich nehme die Gold. Ich nehme die Gold. Ich nehme die Gold. Ich gehe draußen. Na ok. Dann nehme ich die Gold. Dann nehme ich die Gold. Ah Überforderung. Überforderung in HD. Also die Gold! Wie sind Sie? In den Fall? ja eigentlich nur gewonnen oder? Ich glaube schon ich gehe jetzt auf. Keine Ahnung. Ich brauche zu ihm. Mal reppen! Wir müssen irgendwie hochkommen. Ich würde erstmal. Drohnen ohne Ende. Und Hedges bauen. Weil ich habe viel zu viel Gold. Äh Minerals. Ah ok. haben sie ohne Ende noch einen Koloss. Truppen da vorne. Äh, Flieger, Flieger. Viele Flieger? Oh ja. Sollt alles weg, was da ist? Schreib die Flieger an. Oh nein, hast du echt alles verbaut? Ja, das ging nicht anders. Jetzt müssen wir was machen. Hydross bauen. Jetzt sieht's wieder richtig schlecht aus. Durch die Flieger. F***ing Roadways. Wenn du mir da rein grad. Auch nicht. Aber die müssen existen. Kommen sie auch nicht bei uns rein. Ähm... Die... Ja, die Eingekrammeln, ja. Von Zerk. Ja. Brauchen wir als Obos hier. Kommen die jetzt? Ne. Ja, die kommen jetzt wahrscheinlich. Mit Kolossen und... Ich hab kein Gas mehr. Ich hab keine Minerals mehr. Na, jetzt kommen sie mit World Ways. Naja. Ich hab keine Minerals mehr. Ich hab keine Minerals mehr. Hast du Hitross? Ne. Ne, Hitross noch nicht. Ne, Hitross noch nicht. Ne, manche Korre ist wohl zu schätzen. Und Lurker, Leder Minder, Lurker. Das bräuchte eigentlich mehr Drohnen, aber geht grad nicht. Da kommen sie. Komm jetzt da hoch, oder? Ja, da sind sie. Das gibt, ne, das wär ich lassen. Unfair. Müssen sie einfach nur halten. Nur halten. Ja. Lurker. Probe es hier. Ist da noch einer? Ja, ist noch einer. Brauchte mehr Arbeiter, Alter. Ich kann doch jetzt grad gehen Arbeiter bauen, oder? Hm. Warte. Weiß ich nicht. Ich glaub die sind zurückgegangen grad. Ich hab kaum noch Minables. Hast du Minables übrig? Nein. Hat wirklich nicht. Muss ich alles an die Gold schicken. Ein paar Truppen bauen. Ich guck mal mit den Muten rum, vielleicht erreiche ich was. Ja, ich geh ein bisschen stressen. Wenn die Baileysen, oder so. Das sind aber nur ein paar Muten. Hast du Plastik nicht? Äh, nicht wirklich, ne. Oh, hier hat er auch ne Exit. Der hat ja hinten die Exit genommen. Boah. Und er macht Recall. Recall. Machst Recall. Kann er nur einfach machen. Für die Exit. Ja, natürlich. Hine. Ich auch nicht. Ich hab's hier. Ja, ich hab's hier reden sie. Ja, ich hab's hier reden. Jede Menge Armee. Wir haben jetzt ordentlich geext, ne? Ja, ja. Ja, ja. auf den jami ja die kommen hier ist wir es weggekriegt das guck schon mal mit muten rum die goldfrei erste goldfrei nicht gleich nicht da ist die andere wollte ich kriege arbeiter verlaufen ja der hat auch wir haben aber wie gesagt wir haben auch nicht viele halt was und das ist das wird auch langes spiel gesagt da kommen sie nächste da kommen sie da sind sie mutige korrekt ich bin raus komplett echt das zu hart schaffst du nicht haben zu wenig naja das ist kein kombi da kommen wir rausgehen schade sah eigentlich so gut aus für uns die voids naja wir haben halt die exe da heute nicht gesehen naja gg wp da haben wir verloren naja das hätten wir gewinnen müssen wir haben halt die exe nicht gesehen ja das ist die schon lange ey ja der gurki hatte echt schon lange ja der hat die lange haben wir nicht gesehen da hatten wir schlechtes cotton scouting ja wir müssen jetzt mal ein zwei linie da abstellen oder so viel ansehen was geworden der gurki der meister wurde schon mal aber ewig her naja egal daraus lernt nur besser auf der karte aufpassen je geld besser also dann bis gleich in der endcard tschüss spaß das ist das feb2 ja der wenn liked